So, erzähl mal, wie war's gestern? Oh, das war richtig schön gestern. Das war in so einem Café, hier gleich vorne. Und die Leute waren auch super witzig. Oh, ist ja schön. Das hat mir richtig gut gefallen. So cool. Ja, und ich habe jemanden kennengelernt. Nein! Ja! Ich hab ihn erst mal gar nicht gemerkt. Gar nicht, wirklich. Und dann stand ich wirklich nur 5 Minuten oder so alleine. Und dann kam er auf mich zu, hat mir gleich was zu trinken bestellt. Dann haben wir geredet. Oh mein Gott! Er war richtig süß, er war richtig süß. Und, hast du deine Nummer? Nein. Nein. Aber ich hab ihm meine gegeben. Ich glaub, das ist er. Nein! Doch! Nein! Oh mein Gott! Er hat sogar ein Bild drin. Nein, das muss ich jetzt sehen. Gibt's er! Gibt's er! Das wird nicht klappen. Wieso? Ja, der ist blond. Ja, aber das ist doch kein Problem. Ja, aber... Natürlich ist das ja ein Problem. Ich bin nur mit dem Blond. Du weißt doch, was draußen gerade alles abläuft. Ja, das ist mir aber egal. Die Menschen sind total gefährlich. Das... Ich glaub daran, dass er mich glücklich machen kann. Das ist auch... Außerdem wird das nicht klappen. Warum? Das wird nicht klappen. Die Menschen sind total gefährlich. Das darfst du dir nicht antun. Außerdem heiraten dürft ihr auch nicht. Das weißt du auch.